jetzt war spaß ich brauche echt jeden stone für auch die la banner weil ich sag mal so wenn ich die global nicht ziehen mit den stones die mir zur verfügung stehen dann versucht die jungs auf jp mit den stones die mir zur verfügung stehen und wenn ich hier auf jp ziehe dann nehme ich das auch auf jeden fall an so da sag ich nicht nein dazu alles klar freunde da sind die stones wir sind im livestream aber je nachdem das ganze auslaufen wird seht ihr das auf youtube auf jeden fall auch oder vielleicht irgendwo sneaker als intro die jungs eigentlich wollte ich jeden stone sparen für die kommenden elever egal ob wir auf jp sind die jungs die haben mich hier total fett die haben mich hier total fett motiviert heiß gemacht heiß gemacht wegen erwünschen wieder die sagen was alter im nachhinein sag ich mir ja mal hier ist erwünschen wie geht er wie kann ich auf den nein sagen und auf die la google fies erwarten im endeffekt lange rede kurzer sinn wir sind heute hier und hauen jetzt haben draus ein durchlauf bei dem auf jp sind wir beim goku banner unser ziel ist nicht bei allem respekt ist nicht goku nicht wie die to blue ich ui goku nicht irgendein anderer unser ziel ist evolution vegeta halb alte jungs und girls was habt ihr mit mir gemacht also ihr wisst eurem boy osu du könnt ihr leicht schnappen wenn seine hände zittern wenn seine hände zittern und er grad am sparen ist für etwas dann müsst ihr nur eine kleine lücke finden dann habt ihr euren boy was soll ich das sagen egal egal wenn er schon wieder kommt das richtig geil let's go let's go schau mal take my energy hoffentlich freund hoffentlich meine freunde viel glück dankeschön 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 guck mal was abgeht guck mal was abgeht zittern bei nacht rip stones no stones no home ach shit ok der mut ist schon mal der sieht nicht so geil aus und wir haben hier die 100 bits von martini rocks auf das sein ebel job der wünschen mir viel glück mein boy dankeschön dankeschön wäre geil wäre auf jeden fall geil wäre auf jeden fall geil aber der mut ist hier solide müll wer mut ist hier ein solider trash wer bist du ciao gbp so dank fürs sonne was gedacht dieser mutti war ja gar nichts dieser mutti war ja gar nichts take my energy hashtag hype der achte charm zeigt mutti achte charm zeigt mutti ansage super seien erwischen im free multi ich hab's ja gesagt wir wollen nur erwischen vegeta aber ich hätte nichts dagegen wenn wir quasi andere charaktere ziehen statt dass wir so ein multi kommen ok wir haben ultimate gohan und wir haben hier tensionan die glatze wir gehen in super seiten agern wie geht der kommt im tretenuti im treten super seiten 3 super seiten gotts 3 ssr sind es ich hoffe 3 JAHAHAHHAHAHA OHH Oh mein Gott, Alter! Was macht ihr mit mir die letzten Tage? Was macht ihr mit mir die letzten Tage, Mann? Was macht ihr mit mir die letzten Tage? Ihr seid unglaublich, Mann. Ihr seid unglaublich, Mann. Was? Warum, Alter? Was macht ihr mit mir die letzten Tage, Mann? Evolution Vegeta, Alter. Oh mein Gott. Ich kann einfach nicht warten, bis auf Global kommt. Alter, wir haben ihn, Mann. Wir haben ihn, Alter. Und Jungs, vielen Dank. Jungs und Girls, vielen Dank. Was macht ihr mit mir, Alter? Ohne Spaß, Mann. Evolution Vegeta, oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Tapion, her damit, Alter. Du hast es da verwirrt. Ey, Jungs, Freunde, Girls, alle, die da dazu schauen. Was ist los, Alter? Ich bin so im Scheiß-Hype, Mann. Ich bin so im Scheiß-Hype, Alter. Ich bin so im Scheiß-Hype. Es ist unglaublich, Mann. Es ist einfach kein Fehler. Es ist einfach kein Fehler. Jetzt die Dukes. Wir machen auf jeden Fall noch den Durchlauf durch. Auch wenn Talis im Freezer-Banner ist. Komm, wenn wir hier noch Mutti machen, haben wir noch Mutti dahinter. Deswegen machen wir den Durchlauf durch. Wäre einfach nur logisch, sage ich mal. Auf Talis kann ich da verzichten. Oh mein Gott, Alter. Wie krank. Wie kannst du einfach jeden ziehen? Ich verstehe es einfach nicht. Also in letzter Zeit, es geht alles. In letzter Zeit, es geht alles. Keine Ahnung, Freunde. Beste Community. Es ist einfach... Ihr seid krank, Alter. Ihr seid krank. Nee, geht doch Talis. Nee. Nee. Was heißt das, warum? Erwünschen Vegeta. Kann ich auf JP gut verwerten. Talis nicht. Ich habe nicht so viele Movie-Boss-Charaktere auf JP. Ich habe kein Cooler. Ich habe kein... Omega... Äh, nicht Omega-Schon. Ich habe kein LR-Brody und so. Vegeta macht da mehr Sinn. Wir nehmen den Durcher auf jeden Fall noch mit. Das macht mehr Sinn. Oktar, die LR für die 2 Euro. Hallo, YouTube. Und geht direkt zu Vegeta. Dankeschön. Und geht direkt zum Vegeta. Dankeschön. Krank, krank, krank. Ich sehe die Dupes du auch... Nee, das ist ja zu viel. Die Dupes werden zu viel. Krass, Alter. Nee, wir nehmen den Multi auf jeden Fall noch mit, den Free Multi. Ja, das ist einfach nur logisch. Nee, nee, nee. Wir müssen nicht auf Tarts gehen, Alter. Oh mein Gott. Dank meiner Energie. Dank jedem von euch, Mann. Dankeschön. Dankeschön, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das? Was war das, bitte? Der Navigator-Musik auf jeden Fall mit, Mann. Das ist zu krank, Alter. Du nödel, Tarts im Erwischen-Team. Ja, hast schon recht, aber trotzdem. Trotzdem. Ich nehme den Film und die auf jeden Fall mit. Scheiß drauf, scheiß drauf. Auch wenn ihr nichts kommt. Dann wären wir so... Dann wären wir nirgendwo... Dann wären wir irgendwo nirgendwo. Weißt du, ich meine... So kann ich damit abschließen, so. Dann muss ich hier gar nicht mehr rein. So gar nicht mehr, gar nicht mehr. Oh mein Gott. Free Mutti, let's go. Ach, Scherz. Ach, Scherz. Wie geht das am Start? Ey, Softdrink. Danke fürs Subscriben. Was geht ab? Was geht ab? Dankeschön. Und eine Free Mutti noch. Oh mein Gott. GG, Freunde. Da hat man fürs Fall noch was gedacht. Oh, Scherz. Zu krank, zu krank. Oh, Scherz. Ah, Scherz. Oh, Scherz. Oh, Scherz. Oh, Scherz. Ach so. Damo, danke fürs Fall noch was gedacht. Ja, okay. Im Nachhinein, ich kann nicht in Zukunft sehen, aber ich würde auf diese Zeit auch kacken, um ehrlich zu sein. Aber egal, 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 egal. Freunde, wir haben Evolution Vegeta. Ist rip. Ist legit rip. Noa, danke fürs Follow. Lieben Dank fürs Verloren. Was in aller Welt. Einfach genau der. Erst ein Local Exo-Charakter. Zack, Vegeta. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Da bedanke ich mich nochmal bei euch, dass ihr mich dazu überredet habt. So, no joke. GG, einfach danke. Einfach. Dankeschön. Oh, shit. Freunde. Krass, krass. Wirklich, ihr seid brutal. Ihr seid brutal. Oh mein Gott. GG. Ich hau mir einfach mal ein Ending rein. Weil es wahrscheinlich dann auf YouTube hochkommen wird. Falls ihr es auf YouTube gesehen habt oder gerade euch anschaut. Auch euch danke fürs Einschalten. Und dann könnt ihr euch quasi natürlich freuen, die Tage oder wann auch immer das kommt. Auf mein Show geht es zu unserem Boy Vegeta. Deswegen verabschiedet ich schon mal jetzt, Freunde von euch. Lieben Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Und nochmal danke dafür, dass ihr den ganzen Leipen hier mich mitgenommen habt und mich motiviert habt. Haut rein, Freunde. Macht's gut. backstab. Dann halt. ...